BR 2019 Dein Termin ist morgen in sechs Wochen. Wenn du bis dahin nicht bezahlt hast, musst du hier raus. Kau, 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 Kau! Haben Sie noch irgendwas aus dem Wagen rausgeholt, bevor es gebrannt hat? Sie? Wer ist hier noch? Niemand. Du bist hier ganz allein auf dem Hof? Nein. Ich habe 21 Schweine, 3 Säule, 17 Ferkel. Ich wusste gar nicht, wie fest die Federn an so einem Huhn dran sind. Ich kann nicht länger hierbleiben. Ich bin krank. Es tut mir leid. Könntest du in Zukunft kotzen, ohne dich zu entschuldigen? Ja, das mache ich. Ich bin krank. Vielen Dank.